Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft mit dem Momo und dem Jomo! Uuuu! Und das geht's! Au, er hat sich wieder wehgetan! Ja, das war total geil! Ich hab so wie ein Bekloppte hier rum! Geil! Geil! Jetzt sind meine Beine gebrochen! Oh nein! Jetzt wollte ich mich drehen und... Ja, und hat nicht funktioniert! Warte, ich springe jetzt... Wuuu! Und bin mit der Maus gegen die Tastatur gekommen! Oh! Und da war das Drehen vorbei! Ey! Mann, Mann, Mann! Naja, YOLO! Naja, YOLO! YOLO! Wir wollten ja... Also ich... Ja, richtig! Entschuldigung! Ja, die Klappe! Ja! Ah, warte! Mir fällt gerade etwas ein! Hast du noch ein paar Treppen? Ja! Wenn du Eichenholz-Treppen willst, ja! Ja! Dann komm her! Ja! 21! Ich hab nämlich auch nie Idee! Oh, guck mal, wo sind sie da! Neum! Zack! Neum! Zack! Haha! Was hast du denn jetzt vor? Ey, mach jetzt keinen Kack hier! Ich mach jetzt erstmal den Dach ran! Das geht nicht! Das ist ja... Schweinerei! Naja, was sollen wir machen? Was geht denn bei dir jetzt ab, ey? Alter! Ganz ruhig hier! Immer mit der Ruhe! So! So! Jetzt ist es in Ordnung! Und da kannst du jetzt deine Slaps dran setzen! Ja! Lalalala! So! Das ist doch vernünftig! Hör mal! Ich hoffe, dass das so hinhaut! Ja! Das ist jetzt absolut vernünftig! Ah! Na super! Hopp! 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 Na super! Dann ist das auch noch weg! Oh! Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Äh, ja! Das wird ne Arbeit mit dem Dach, ey! Ja? Ja! Das wird echt richtig geil! Warum? Ey, richtig geil! Ja, weil ich das Dach ja nicht ganz... Bist du wieder zu doof zum Bauen? Ne, ne, ne! Ey! Pass auf! Sag nichts Falsches! Junge! Ich sag nie etwas Falsches! Ja, 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 ja! Ne, das wird wieder so ne Arbeit, weil das ist wieder so richtig geil so! So richtig geil? So richtig, richtig geil! Okay, dann... Aha, ja, damit bin ich dann zufrieden, so! Na, 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 na! Zack! Oh! Na, 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 na! Na, 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 na! Egal, dann lassen wir es einfach so! Was? Ja, ich baue hier gerade an der Treppe und ähm... Da, ja, dann kann ich das A, U, I verstehen! Bäh! An der oberen Etage! So! Generell bräuchte ich ein paar mehr Slabs! Ja, ich hab noch ein paar Slabs! Ja, warte, ich mach mir grad selber welche! Ich hab ja noch ein bisschen! Ich hab 18 Stück, ich brauch die nicht! Dann brauchst du nicht unser Holz verschwenden! Los, komm her! Wir brauchen aber viele! Hier! Hier! Komm her! Da! 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 Da da! Okay, ja, das ist so super. Okay, ey. Ja, ich baue hier gerade eine Dachabdeckung, Überdeckung, Überdeckung, Dachung, Dingsblabber. Ja, warte, warte, warte noch, bevor du das jetzt... Erste Etage, zweite Etage. Warte mal, wir müssen noch ein Loch haben. Nee, erste Etage, das hier ist Erbgeschoss und das da drüber ist. Pass auf, ich mache jetzt hier ein Loch rein. Falls man ins Wasser fällt, dann kann man hier wieder rauskommen. Ach nee, geht ja gar nicht, das geht ja nicht. Das macht keinen Sinn. Natürlich, warte mal, warum macht das keinen Sinn? Ja, weil man kommt da doch gar nicht erst hoch. Ja, das wollte ich ja gerade machen, aber das lässt mich ja nicht. Du kannst doch auch einfach außen rum, wenn du unterfällst, hast du Pech gehabt. Ja, ja, danke. Sorry, klingt so hart, aber... Ja, das war auch hart gemeint von dir, oder? Nein, nein. Nein, 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 nein. Ja, aber wozu dann so ein Loch, also wirklich? Ja, okay. Junge, das ist voll ineffizient. Oh nein, ich habe keinen Slams mehr. Richtig, mach eins weg. Mach eins weg. Ich habe keinen Slams mehr. Ich habe keinen Slams mehr. Und du? Wie kannst du jetzt retten, oder was, ey? Spocko. Hey, brauchst du dich hier nicht, was? Nein, Entschuldigung, oh Mann, oh, ich habe mich schon wieder verbaut. Mann, ich bin ins Wasser gefallen, ist das nicht geil? Siehst du, dann kannst du jetzt außen rum gehen. Ja, danke. So wie es sich gehört. Schwimm, 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 schwimm. Sag mal, hast du noch mehr Eichenholz? Was? Ja, ich habe noch ein bisschen Eichenholz, aber ich habe keine Slams mehr. Ich habe nur Druckplatten und Falltüren. Oh. Also, falls du sowas haben möchtest, sowas habe ich. Ah, nee, warte mal, das gefällt mir nicht so, wie du das hier gemacht hast. Warum? Ich baue das mal wieder auseinander. Okay. Obwohl, warte mal, das kann da so bleiben. Nein! Doch! Nein, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Nein! Jetzt juckt mein Kopf. Das ist so blöde. Warte mal. Was denn? Ah, ich habe gar kein Schwarz-Eichenholz hier vorne verwendet. Ich habe mich schon gewundert, warum das... Ah, ich bin ein Eierkopf. Warum, was ist denn das für ein Holz, das du da verwendet hast? Das ist irgendwie Fichte oder so. Mach nichts. Ja. Das ist doch auch schön. Ja, da hast du recht. Das ist auch schön. Fichte war, bevor das Schwarz-Eichenholz kam, das dunkelste Holz, was es gab. Ja. War es. So, ich habe hier oben noch einen Slap. Den schmeißt du jetzt gleich mal runter, ne? Äh, wow. Wo ist denn der? Ah, da. Hier. Bleib für dich. Die Erde habe ich nicht umsonst, aber die kannst du wieder wegmachen. Mal einfach wieder weg. Ja, okay. Wenn du das sagst, ich hätte das für dich offen gelassen, aber... Ja, nee, brauchst du nicht. So, damit wäre die Überdachung fertig. Es ist ein sehr flaches Dach, kann man sagen. Ja? Ja. Aber wäre bestimmt ganz cool, wenn die Dachspitze halt überguckt. Welche Dachspitze? Ach so, über die Mauer? Ja. Ja, das versuche ich ja. Ach so, okay. Das versuche ich zu bauen. Ist noch nicht ganz so einfach, aber... Nichts ist unmöglich. Hm, das sind jetzt auf beiden Seiten 20. Blub. So. So, jetzt muss man was ausprobieren. Eins, zwei, drei... Hey, drei, drei, vier, fünf. Ah, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann haben wir 30 auf beiden Seiten. Ich glaube, das sähe ein bisschen besser aus. Okidoki. Verdammte Kacke. Ich hab mich verbaut. Ey, das ist ja richtig... Oh, Mann, ey. Was ist denn los? Nein, 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 nein. Kannst du wieder nicht bauen, Junge? Nein, ich kann wieder nicht bauen. Das ist wieder... Ja, ist nichts Neues. So. Du bist jetzt aber auch keine Hilfe, echt. Ja, das tut mir leid. Ich versuche nur, die Wahrheit zu sagen. Du versuchst? Okay, ja. Sehr schön. Beim Versuch bleibt es dann aber auch. Nee, Spaß. Ja, also das so ein Dach zu bauen, ist ganz schön schwer. So, jetzt brauche ich nur noch meine Schlepps. Ja, ich baue dann nochmal alles auseinander. Ich habe voll die Kacke hier gebaut. So, wie immer. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, in die Höhe bauen? Nee, nee, nee. Hat er hätte nicht gehört. Das habe ich nicht gehört. Wollte ich nicht hören. Nein. Also im Wasser bauen ist voll Kacke. Ja, ich weiß. Er hatte überhaupt die Idee, das zu machen. Das war deine Idee. Okay, um ehrlich zu sein, war es meine Idee. Ja, aber ich wollte es unbedingt machen. Ja, aber es hat trotzdem meine Idee. Wappel, dann gehen wir. Äh, zack, zack, zack. Und schwimm hoch. Schwimm. Fockel, 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 fockel. Aber es sieht echt schön aus hier. Gefällt mir. Ja, es ist richtig schön. Richtig, richtig nice. Jetzt ist das ganz gut geworden. Ah, du verlängerst das jetzt, unsere, unsere Mauer. Ja, jetzt habe ich mich verzählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, schön. Er hat sich verzählt, er hat sich verzählt, er hat sich verzählt, er hat sich verzählt. Ah, der Typ, der kann auch nicht ruhig halten hier mal, ne? Also ich meine nicht dich, ich meine den Steve hier. Ja, ich wollte schon sagen, ich war das doch gar nicht. So, jetzt aber hoch, hoch, hoch. Okay, jetzt in Ruhe nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, also. Und wir brauchen zehn. Aber so viele Blöcke habe ich gar nicht. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Boah! Okay. Ja, ne, war. Ja, jetzt brauche ich neue Steine. Super, ich habe gar keine Steine mehr. Ich habe noch welche, glaube ich. Ja, ich habe noch welche. Wie viele? Ein vier in Sechziger und ein Sechzehner. Ja, her damit, her damit, kann ich alles gebrauchen. Achtzig. Mal für achtzig. Ein vier in Sechziger und 18. Sechzehn. Sechzehn. Ja, okay, das ist ich. Exakt. Exakt, ja. Hallo, hallo. Ah, da ist er noch da, Jakob. Hey, was geht? Hey, was geht? Achso, ja, warte. Los, komm. Ja, ruhig, Junke. Wo ist denn das? Achso, da. Sechzehn. Ja. Okay, jetzt hast du 80. Cool, danke. Bitte. Du bist der Beste. Ich wüsste nicht, was ich ohne Steine soll. Ja, manchmal, also manchmal, ja, ja. Hey. So. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Ey, hast du jetzt die ganzen Treppen verbombt? Oder hast du noch Treppen? Ich habe noch welche. Ja, dann schmeiß mal rüber. Ich brauche noch welche. Ähm, mal gucken. Wo bist denn du? Ich gucke mal, ob ich dir auf die, äh... Ah, du bist doch da oben. Ich komme zu dir. Warte, 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 warte. Die müssen jetzt genau unter mir liegen. Ah, super. Du bist ein Typ, du. Warte, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Mach keinen Scheiß jetzt. Wenn du die jetzt... Du Blödmann! Du Blödmann! Oh, Mann, oh! So, jetzt schmeißt die alle auf die Brücke. Äh, der ist echt doof, ne? Ich hätte zu ihm raufkommen... So. Hey, alle runtergeschmissen. Ja, danke. Hat geklappt. Ja, ich wollte was anderes ausprobieren. Aber das geht nicht. Ja, super. Jetzt kann ich wieder runterkommen. Ja. Hast du toll gemacht. Hi, Jumbo. Hi, Momo. Oh, Mann, ich wollte auf die Mauer springen. Ja, das geht leider nicht. Jetzt muss ich erstmal hier wieder hier so blöd rum... Gammeln, ne? Ja, gammeln. Ist auch ein schönes Wort, ne? Gammeln. Gammeln, ja, gammeln. Rum, gammeln. Der gammelt da so vor sich hin. Gammelt, gammelt, gammelt. So. Ach, nee, das geht ja so nicht, ne? Was machst du denn, was nicht geht? Ich hab hier wieder am Eingang rumgefummelt, aber ich baue jetzt lieber doch weiter am Dach. Hey, setz den Block. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, 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 zehn. Durch zwei sind fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Junge, Mathematik. Geh Schule. Ja, ja, ja. So, ich hab die Mauern verlängert. Jetzt brauche ich aber trotzdem neue Pflastersteine. Habe ja unten noch ein Boot. Ich hab leider nicht mehr mehr Pflastersteine. Du hast jetzt 80 verbombt. Ne, noch nicht ganz. Ey, du Eierkopf. Aber ich brauche trotzdem mehr. Ich brauche mehr, 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 mehr. Also für die Mauer hat es gereicht, aber sonst, äh, nicht. Äh, ich kann kein Boot mehr machen. Na super, ich brauche ein Boot. Ich muss doch irgendwie zurückkommen. Juhu. Ich bin ins Wasser gesprungen. Ach, guck mal da. Ich hab was. Gioranimo geht aus deinem Klo. Was? Nein. Ne. Gioranimo geht aus deinem Klo. Okay. Ne, nicht witzig. Wenn er meint, das tun zu müssen, dann tue er das. Ich komme gleich wieder. Ich muss nochmal Pflastersteine holen gehen. Tut mir wirklich außerordentlich leid. Das wird der Zuschauer verkraften können. Nein, ne, ich glaube nicht. Du glaubst mir auch? Ne, ne, das ist nicht möglich. Du bist ein oller Laberkopf, ne? Echt. Wieso bin ich hier der Laberkopf, ne? Ja, du bist ein Laberkopf. So. Guck mal, perfekt geparkt das Boot. Yeah. Nein, nein. Jetzt rollt es weg. Äh, es schwimmt, es weg. Tschüss. Es rollt weg. Tschüss. Oh. Oder ne? Doch. Ja. Passt schon. Irgendwie wird es passen. Was wird passen? Ja, ich bin gerade am Dach bauen und es scheint irgendwie zu funktionieren. Mal gucken. Ich habe schon mal so ein Dach gebaut, aber nicht im Survival-Modus. Im Kreativ-Modus. Und da kann man so schön drumherum fliegen. Aua. Aber ich will jetzt nicht vom Kreativ-Modus schwärmen. Doch, der ist ganz cool, aber dauerhaft könnte ich das nicht spielen. Ich finde das irgendwie langweilig. So. Weißt du? Ja. Ja, man hat einfach alles. Man kann alles direkt so bauen, wie man will. Au, 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 au. Das, was ich hier alles geschafft habe, also was wir zusammen jetzt auch schon alles zusammen geschafft haben, hätten wir locker in 50 Folgen schaffen können. 50 Folgen. Ja. Ja, doch, ehrlich. Ja. Weil so müssen wir erstmal alles an Zeug sammeln. Ja, das stimmt schon. Das braucht ja schon fast. Das hat man ja nicht einfach alles. 250 Folgen oder, nee, 280 oder so. Äh, doch, 280 haut hier. Ja, irgendwie sowas. 281 oder so, ja. Plus, Minus, geteilt, wird das schon hinhauen. Multipliziert, ne? Geteilt, multipliziert und danach addiert. Genau. Und dann subtrahiert. Und die sich daraus ergebende Summe, ähm, daraus errechnet man nochmal die Quersumme, zieht die Wurzel und, äh, quadriert das Ganze. Jetzt streibst du sie aber echt auf die Spitze, ne? Ja. Macht Spaß. Ja, das ist doch schön. Und daraus erhält man dann den Sinn des Lebens, 43. Ja, genau, 43. Egal, welche Zahl man nimmt, egal, welche Zahl. Es kommt immer 43 aus. Ja, genau. Immer. So, ich hab das Dach gleich fertig. Ich hab's gleich fertig, ich hab's gleich. Und, hopp, ich hab's fertig. Geil. Echt hast du schon? Ja, ich hab das Dach fertig. Wie hoch ist das? Nein, nein, ich hab nur die Spitze fertig. Achso. Das wäre ich da mal, wenn ich das Dach schon fertig hätte. Ich hab mich schon gefreut, so, yeah, er hat das Dach fertig, kann ich mir gleich angucken, aber dann, nö. Ja. Hopp, 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 hopp. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht irgendwie runterknall. Boah, diese Spitzhacke, ne? Die braucht unbedingt mal, äh, Effiziennes. Ja, unbedingt. Ich hab doch, ne, hab ich nicht. Ich hab eine Spitzhacke, aber das ist deine Bursamkeit, ne? Ja, die hat aber Bursamkeit, ne? Da kann ich ja hier nix mit anfangen. Okidoki. Ich reiß jetzt mal hier den Boden auf. Ja, mach mal. So, du, 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 du. So, warte, ich hab jetzt, äh, in den Rand. Ich bin in ein Loch gefallen. In ein Loch. Und, wie ist das Loch? Ist nicht freundlich gewesen. Ist nicht freundlich, hat wehgetan, ne? Ja. So. Ach, guck mal, ich hab schon wieder jede Menge, das ist gut, aber ein bisschen mehr wäre schon ganz gut. Ich werd einfach mal direkt schon ein Fenster einbauen, ne? Ok. Ich hab auch direkt mal ein bisschen Eisen hier gefunden. Ja, das ist doch super. Auch wenn das jetzt nicht ganz so interessant ist. Eisen? Doch, Eisen ist interessant. Wenn wir unsere Bahn erweitern wollen, dann ist das interessant doch. Ja, geht so, ne? Warum? Wir brauchen doch Eisen dafür, oder dann seh ich das jetzt komplett falsch. Nein, aber wir haben ja noch jede Menge. Ja, man kann immer mehr gebrauchen. Dann brauchen wir so schnell nicht mehr Sorge. Man kann immer mehr gebrauchen. Man kann alles gebrauchen. Ja, man kann alles gebrauchen. Ich brauch mehr. Von allem. Wenn ich sage, ich brauche alles, meine ich nicht alles. Ich meine alles. Was ich jetzt übertreibst. Nein. Ungefähr so kam das gerade rüber. Mein geehrter Herr Kollege. Okay. Kollege. Ah. Ja. Hast du jetzt mal das Dach fertig? Nee, noch nicht. Ich kann doch nicht. Mann. Oh, toll. Wenn du weiterhin so langsam arbeitest, feuere ich dich. Oh nein, dann bin ich ja noch langsamer. Nee, du musst dabei bleiben. Dann arbeitest du ruhig langsam. Du kannst nicht mal hier. Du kannst nicht feuern. Ich feuere dich. Das geht nicht. Ich bin dein Chef. Habe ich gerade beschlossen. Ja, genau. Also der Witz, der hat mir echt gut gefallen. Ich werde gleich ein Schreiben aufsetzen. Folgendes wird drinstehen. Ich bin dein Chef. Unterzeichnet Momo. Ja, genau. Und das... Sehr viel Kreativität. Oh, wunderbar. Gezeichnet Momo mit extrem viel Kreativität. Ja, exakt genau so wie das aussieht. Nein, 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 nein. Doch, doch, genau so wie das aussieht. So meine ich das doch gar nicht. Danke, du hast mich... Der verdreht mir echt immer die Worte im Mund, ne? Immer. Nein. Doch. Okay. Ja, ich gucke mal, dass ich mein Boot wieder finde. Dann komme ich zu dir zurück. Okay. So, jetzt habe ich... Irgendwie sieht das kacke aus. Boot! Boot! Nein! So, plupp. Naja, du musst... Du musst mal gucken, kommen und mal sagen, was du davon hältst. Okay, ich komme... Und sage, wow, ich sehe das jetzt schon, das Dach. Cool. Ja, wo... Achso, ja, genau. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ja, genau. Weiter, geradeaus. Weiter, geradeaus. Oh, schönes Bild. Weiter, 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 weiter. Und jetzt links. Nese! 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 Ich kriege den Nese! Ich kriege den! Ich habe den Nese gekriegt. Ey, super. Was hast denn du für ein Kackboot? Äh, nee, F1. So. Ist kein Kackboot, okay. Doch, das ist ein Kackboot. Du hast recht. Ist ein Kackboot? Das ist ein absolute Megakackboot. Das ist so... Ja. Guck mal, wie sieht das aus? Ist schick, oder? Also da müssen noch ein bisschen so... Da müssen noch die fetten Gebäude da rein, dann sieht das Ganze viel cooler aus. Jetzt sind es ja nur die zwei Türme mit den Mauern. Ja. Mit den Mauern. Mit den Mauern. Oh, passt schon. Patsch. Alter, was ist das denn jetzt schon wieder? Also irgendwie spackt das Spiel in letzter Zeit voll. Nein. Oh. Das macht er jetzt schon wieder. Ah, das ist ein doofes, doofes, doofes Ding. Was ist ein doofes Ding? Ja, hier die Treppen hier dran bauen. Ach so, das ist doof. Ja, das funktioniert irgendwie nie so. So, yeah. Ey, guck mal, guck mal. Yeah. Der leuchtende Helm. Oh. Oh, yeah. Ah, du bist... Ey, du beobachtest mich während der Arbeit? Ey, das geht nicht. Ja, natürlich. Das geht nicht, Junge. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier ein kleines Päusel. Oh, da oben ist er ja, Jakob. Hallo. Ja. Ich gehe jetzt hier oben hin. Und mache hier, wo gar kein Mond ist, aber der Mondschein, ein Päuschen. So. Och, Manno, warum hast du dich jetzt umgedreht? Ich wollte dich gerade runterkicken. Hey. Aber gut, dann wollen wir das mal nicht machen. Hey, stell dich doch nicht hin. Warum stehst du denn direkt da, wo ich auch stehe? Ja, weil du doof bist. Das ist der Grund. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss. Ja, ich bin hier unten. Ich bin hier unten. Ich bin hier unten. Wir belangen uns recht herzlich fürs Zuschauen und hoffen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Jo, bis morgen. Bis morgen.